Die Zukunft heute. Inklusion. Wie schaust du in die Zukunft? Inklusion ist eine gesellschaftliche Haltung. Sie braucht Bewegung in unseren Köpfen. Dafür arbeitet die Lebenshilfe in Lüneburg und Harburg seit 50 Jahren. Ich wünsche mir, dass die Menschen alle glücklich sind. Ich wünsche mir, dass wir die krasse Aufteilung von Arm und Reich überwinden. Ich möchte der Bestimme der Welt sein. Ich würde alle Kriege abschaffen. Ich wünsche mir, dass alle Menschen miteinander leben können. Ich wünsche mir, dass keiner mehr hungern muss. Dass man die Leute vom Rollstuhl mithilft, wenn die nicht klarkommen. Dass alle Arbeitgeber das als selbstverständlich betrachten, junge Menschen mit Handicap in ihren Betrieben einzustellen. Inklusion heißt, alle Menschen gehören selbstverständlich dazu. Alle sind gleich wertvoller Teil der Gemeinschaft. Also egal, ob sie jung oder alt sind. Egal, ob reich oder arm. 425 Menschen nutzen die verschiedenen Wohnangebote. 1786 Menschen mit Behinderung nutzen die Einrichtungen und Dienste. 908 hauptamtliche Mitarbeiter hat die Lebenshilfe. 896 Menschen mit Handicap arbeiten hier. 80 davon in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Es ist schon viel erreicht. Viel mehr, als viele denken. Doch da ist noch eine Menge Luft nach oben. Wenn alle mit anpacken, alle mitdenken, alle es wollen, dann kann es gelingen. 1026 Menschen mit Behinderung des Allem protections zu trosehen. Bis dahin! 836 Menschen mit Behinderung. 15ịch Stuyter Maiinau. 1518 Menschen mit Behinderung des Allem kaltenes.